Hi, wir sind Spencer and Hill und wir sagen Danke für den geilen Abend hier und Ihr Co Kino Stadel TV. Wake Up, 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 Wake Hi ihr Lieben, hier ist DJ Nose von Groove Coverage und ich war heute hier im Kino-Standl Trimmelkamm. Es war so brutal, mega Party, wirklich Rock'n'Roll. Ich habe durchgeschwitzt, wie lange nicht mehr. Ich sage Dankeschön an alle Leute aus Österreich, kommen wir super gerne wieder zu euch und wir sehen uns wieder auf Kino-Standl TV. Dankeschön, ciao. Ich habe durchgeschwitzt, wie lange nicht mehr. Yes, Ladies and Gentlemen, Party People, hier ist DJ Teddy O aus Köln. Wo? In meinem Laden, im Kino-Standl. So sieht es aus, das beste Programm in der Stadt. Kommt vorbei, Kino-Standl, checkt den YouTube-Channel auf Kino-Standl TV und Big Up und Matsch, Matsch, Lauf geht raus an all die Party People, an das gesamte Team. DJ Anady und DJ Dan Lee, so sieht es aus. DJ Teddy O, ich bin raus. Peace. And be the first girl to make me, throw this cash. We get mine, don't be mad. Now stop, take this bag. One more shot for us, another round. Please fill up, fuck up, don't mess around. We just wanna see, you shake it down. Now you're home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands in. Hi, hier ist Marc J. Clark, Black Sheet. Wir sind die Boogie Pimps. Wir sind hier in Austria, im Kino-Standl. Und wenn ihr rocken wollt, kommt ihr her ins Kino-Standl. Und wenn ihr es schauen wollt, geht ihr ins Netz und guckt Kino-Standl.tv. Wir sind hier in Austria, im Kino-Standl.